Ja, es war eine sehr spezielle Atmosphäre, wo man einfach gemerkt hat, dass heute nicht nur der Fußball 90 Minuten lang im Mittelpunkt stand, sondern auch viel, viel mehr. Ich glaube, dass wir viele Menschen gesehen haben, die sich solidarisch gezeigt haben und nochmals auch von meiner Seite aus nochmal das größte Mitgefühl für alle Angehörigen. Angehörigen. Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gezeigt, haben auch die eine oder andere Chance gehabt, hätten die nutzen können, haben sie aber nicht gemacht. Und die zweite Halbzeit war dann ein großer Fight von meiner Mannschaft und wir haben ein Gegentor hinnehmen müssen und somit ist für die nächste Woche alles offen. Wir haben eine große Fertigung, aber wir haben eine große Fertigung für uns bezogen. Wir haben hier in der zwei Karte uns die aus. Wir haben eine Frage, die Sie einst, die einem Fragen zu haben. Wir haben eine gute Fertigungen aus dem, die im Karte, um die Zeit zu haben. Wir haben hier alles von der Karte gemacht, aber tatsächlich diese Fertigungen aus dem, die Taktik-Sell zu machen, die Taktik-Sell-Tag mit den Karte, die Taktik-Sell-Tag mit den Karte. Wir haben ein ganzes Fertig-Sell-Tag mit den Karte.